Olaf, du bist ziemlich blass. Was ist mit deinen Rommen passiert? Ja, ich bin gestern beim Feuerwerk. Sind die verblichen. Vor Schreck? Mhm. Das habe ich mir auch vorgenommen. Weniger Rommen wagen. Mein lieber Stefan mit PH. Mein lieber Olaf. Ich wünsche dir alles Gute zum neuen Jahr 2023. 2023. Also sagen wir mal so, nicht alles Gute, aber vieles Gute. Ich wünsche dir alles Gute. Ja? Ja. Hier ist das Duo Deluxe. Schubert erklärt, Ludwig hakt nach.